So, als nächstes haben wir Anne Grafiktanz, Crossover Jugendliche mit dem Stück Run Boy Run. Im Training werden Moderne und Ballettelemente miteinander verbunden. Die vier Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren haben die Musik selbst gewählt und auch Teile der Choreo mitgestaltet. Ich wurde gebeten, ganz, ganz liebe Grüße auszurichten an die Freundesgruppe von Charlotte, Mart, Mutig, Sophie und Lisa und alle treuen Familienmitglieder, die als Fans gekommen sind. Dankeschön! Vielen Dank! 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 Anne Grafiktanz, das war doch toll!